Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Bei einigen Fans des FC Schalke 04 scheint der U23-Spieler Leo Schienzer beliebt zu sein. Sie fordern mehr und mehr sein Profidebüt. Daraufhin wurde noch mal Dimitros Gramozis auf der Pressekonferenz gestern angesprochen, hat sich dann auch dazu mal geäußert. Selten war die Durchlässigkeit aus der U23 in dem Profikader höher als in diesen Zeiten. Zahlreiche Talente schafften in den vergangenen Monaten den Sprung. Spieler wie Blendy Driessi oder Florian Flick sammeln inzwischen regelmäßig Einsätze in der 2. Bundesliga. Ein Schalker, der noch in der Warteschleife steckt, ist Leo Schienzer. Der 23-Jährige ist Leistungsträger im Regionalliga-Team, führte mit 5 Toren und 8 Vorlagen die Team-Intennis-Score-Liste auch weiterhin an. Vor allem in unseren Netzwerken mehren sich die Stimmen von Fans, die sich eine Chance im Profikader für den Brasilianer mit luxemburgischem Pass wünschen. Er war schon einige Male bei uns im Training und zeigt in der U23 immer wieder, dass er Qualität hat und vielleicht den nächsten Step nach oben gehen kann, sagte Dimitros Gramozis, als er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hansa Rostock auf Schienzer angesprochen wurde. Mehr als einige Einheiten und ein Testspiel-Einheits im vergangenen Jahr war dem offenen Mittelfeldspiel unter Gramozis bislang allerdings nicht vergönnt. Er selbst brennt auf mehr. Ich wünsche mir bei der ersten Mannschaft zu debütieren und mich dann im besten Falle für den Profikader zu empfehlen, erklärte Schienzer neulich im Reviersport-Interview. Es wäre ein Traum, einmal in der Fans-Arena voller Fans auflaufen zu dürfen. Und aktuell könnte ja Schalke Alternativen für die Kreativabteilung durchaus gebrauchen. Zwar ist es nur viel in der Mittelfeldzentrale breite Sets, doch Blendi Drizzi und Rodrigo Salazar kämpfen zuletzt mit Formdellen, Denilatzer, Dominik Drexler, wie auch Jaroslav Mikhailov zeigen bisher wenige, bis eigentlich auch keine wirklich guten Auftritte im 1.04-Trikot. Dong Zhongli, der Winterdau-Zugang, ist zudem verletzt. Und gerade so eine Torgefahr könnte Schienzer zu einer wertvollen Option machen. Schalkes Mittelfeldspieler geizen eher mit Toren, während Schienzer in den letzten fünf Partien viermal traf. Und ich denke mal, das ist schon eine klare Empfehlung. Klar ist aber auch, zwischen Vierter und Zweiter Liga liegt ein großer Schritt. Zunächst müsste Schienzer, der 2020 aus Schweden nach Gelsenkirchen kam, Nachweis über seine Tauglichkeit für den Profibereich erbringen. Wir möchten den Jungs die Plattformen geben, die sie verdienen. Die Zusammenarbeit mit Thorsten Fröhling ist sehr fruchtbar. Sagt Gramozis, bezüglich auch auf Thorsten Fröhling, der der Trainer ist unserer U23 und verwies auf Beispiele wie Idrissi, Flick oder auch Henning Matriciani. Zugleich betonte er, es liegt letztendlich an jedem selbst. Wir werden keinem einen Einer schenken, aber wenn wir bei jemandem das Gefühl haben, dass er bereit ist, dann wird er auch spielen. Und bedingt durch die Konkurrenz, die er auch noch nicht wirklich überzeugen kann, würde ich mir schon mal gerne Schienzer im Profibereich angucken. Ob es dann reicht oder nicht, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber auf jeden Fall bringt er ein spannendes Portfolio mit. Eure Meinung zu Schienzer? Gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.